Leute, hier ist Sean Ruddy. Ich befinde mich jetzt live vor dem Landhaus des Todes. Death Manor. Seit sieben Jahren schon stelle ich mich meinen intimsten Ängsten, und zwar zu eurer Bespaßung. Einer letzten Angst habe ich noch nicht ins Auge geblickt. Ich werde vollkommen allein eine Nacht in einem Geisterhaus verbringen. Vergesst nicht den Like-Button zu zerdeppern, klickt auf Subscribe und folgt mir auf Livit. Das hier ist das spukigste Spukhaus in den Vereinigten Staaten. Heute Nacht werden wir drei Zimmer überprüfen. Bei allen drei gibt es Belege für echte paranormale Aktivitäten. Ich hoffe, dass ihr meine Dienste für die Öffentlichkeit zu schätzen wirst. Gehst du noch mit? Wie heißt sie gleich? Nein, wir sind jetzt hier. Ach, kommt schon. Was für ein blöder Fake. Glaubt ihr etwa, ich falle auf euch Photoshop-Hacker rein? Ziemlich unheimlich, oder nicht? Ich darf nicht in Versuchung kommen, einfach abzuhauen. Was zum Teufel ist das? Das scheint irgendein Ritual zu sein. Sind wir im Begriff, das Geheimnis dieses Hauses zu lüften? Ich will nicht, dass man mich als absolut nicht mehr in Erinnerung bekommt. Hilf mir doch einer, bitte! Sean, ich will dir jemanden vorstellen. Ich ist ein Ey Untertitelung des ZDF, 2020